so ich habe mir gleich mal eine baggerbansch rein, eine cola und noch eine cola ok hier ist ein quad ich gucke mal nach dem auftrag wo ist denn hier ein tresor, ich sehe keinen tresor, ein ei, hier ist ein tresor, darauf kommen wir hin markiere auftrag. ok lüchte ich schreibe es ein boah, der hinten ist sicherer. sicher? ja dann treffe ich die bäume nicht. du bist ja quadfahrer. ja du fährst ja. ich fahr aktiv, dein steht ja nur in der garage. sniper oben auf der veranda, oben auf der veranda, bei dem hotel. ist immer ein sniper. das ist ein easter act, den musst du erledigen. aha. gibt's eine kleine interne story hier. zum beispiel den jeep, den man sie allein rum fährt mit feinden. hui hui hui. wo ist denn das ding? ich weiß nicht, ich muss mich mal hinlegen. mal vor uns. hier in der hale rechts. ugah. ok erstmal zombies sind. wechsel das magazin. nimmst du ihn an? der auftrag kommt er zu dir der muss da musst du schon da ist so müssen wir gucken wo da ist machen bauern an geht es ja gut ich bin auf dem dach ich kümmere mich um die äußeren langsam läufe wenn du hilfe brauchst sagst du bescheid so auf meiner stelle ist ruhig ich brauche munition ich gehe mal runter wechsel das magazin und nun kommt rein richtig so 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 Ich denke gerade, was kommt da für ein Zombie rausgelaufen? War ich, gell? Ja. Du hast Freunde. Was Gutes drin? Ich habe eine pinke. Da bin ich voll. Die nehme ich. Gut. Ich mache aber auf die... Mach die Knappbarn drauf. So, Lichti. Nächster Dressort. Hier unten ist keiner mehr. In der Zweierzone ist noch einer. Da hinten ist noch einer. Komm. Markiere Auftrag. Bin drauf. Das war ein Zweier-Zombie. Das war ein Zweier-Zombie. Ganz, äh, ganz links liegt er. Er ist jetzt reingegangen. Schisser. Der ganze Tag liegt er rum, aber wenn er beschossen wird, geht er rein, weißt? Was gibt's eigentlich, wenn du den killst? Äh, du musst da irgendwie eine Geschichte zusammenfügen. Da sind lauter so kleine Tablets dabei, die musst du aktivieren. Und wenn du da die sechs, sieben Stück zusammen aktiviert hast, äh, keine Ahnung. Ich bin hinter dir. Bleibt das nicht. Bleiben die Untoten. Zerstören Sie es. Zerstören Sie es. Okay, Lichter, wir müssen, warte mal. Tresor, plündere, plündere drei Tresore. Zwei haben wir gemacht. Okay. Hä, wieso haben wir zwei gemacht? Wir haben doch noch keine zwei gemacht. Komm, steig ein. Oh. Wie das Spiel sagt, wir haben drei gemacht, äh, zwei gemacht und dann haben wir halt zwei gemacht. Dann musst du das Spiel recht haben, auf jeden Fall. Ja. Wechsel in das Magazin. Oder die behebe ich mich auf jeden Fall auf. Wenn ich halt durchkomme. Aber wir müssen 50 Zombies tönen, während wir das machen, ne? Wie viele haben wir schon? Das haben wir schon abgeschlossen. Ja, ich auch. Ja. Wo ist der Tresorauftrag? Habe ich markiert. Äh, da hinten. Markiere Auftrag. Äh, da gehen wir am besten hier runter. Ach, der ist drüben. Ich lade nach. 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 Hat mir das Mistvieh Stromschlag verpasst? Natürlich. Haut drauf. Ich lade nach. Ich lade nach. Ich lade nach. Ich lade nach. ich lade nach gehen wir mal zum tresor ich würde dir raten die du hier oben auf position aufs dach und daraus kannst du nämlich schön die zombies eliminieren wenn sie zu dir kommen ok ich gehe rein schöne waffe schöne waffe ich mache auf was wer wechselt das magachin die bei dir zwei habe ich hier sind keine mehr weg von mir sowohl nein 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 ich lade nach hattest du was gefunden ja so ein dickes ei hier ist blackwood ist ja gerade hier wo der neger ist glaube ich sechs sechsten dings haben wir noch 99 locken und p noch was ist drin schade auftrag haben wir geschafft sehr schön gut was wollen wir noch machen wir können doch so ein eier ding machen so ein eier ding oder dahinten die festung kommt ja aber semtex zu viel ja 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 wechsel das magachin was hat denn den hund hier oben verloren sind die noch ganz richtig oder was wieso kommt der hund aufs dach wieso kommen überhaupt die zombies hoch aber alle da hinten sind leider ja ich weiß ich lade nach jetzt kommt zu hause zur tür raus ähm wir sollten mal runter gehen ach ähm wir sollten den hr die 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 wechselt das magazin wir haben doch die den einen die eine getrunken zum sehen so viel ich habe mich haben ich kann mich gerade nie zu reden ja du hast sie in die ecke drängen lassen aber so alle geschafft trinkt schon wieder eine cola gut licht die gut gemacht ich habe jetzt auch in dem messer schlag ist doch alles leer ich habe doch schon alles leer gemacht ich lade nach find aktivität ich habe mich schon so lichtig einsteigen so gehen wir hin jetzt da oben ist noch so ein Adenes ja wir waren schnell eigentlich für unsere für unsere Verhältnisse waren wir schnell so hinter uns die kommen schon raus die machen das freiwillig mittlerweile eine granate schweige ziele überprüfen alle munition doppelte punkte gut so fix waren wir ja noch nie mit solchen sagen ja eine gepackert waffe ist halt immer geil deck dir mal eine platte ein aber du musst auch die richtigen waffenpacker panischen finde ich schrotflinte bringt meistens nix wenn du mit einer schrotflinte eh schon ok ja lichtig kommen wir eigentlich raus die nächsten aufträge die machen wir jetzt noch nicht das ist schließe einen escort auftrag ab ja das machen wir bereits mal wir müssen dann ins escort geschäft einsteigen ich wollte gerade sagen das hört sich gerade auch wieder so falsch an ja ja kommt immer drauf wenn man es ausdrückt ja komm kannst du ja ein hin mit raus nehmen richtig aber sowas wird bald äh ja also ja 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 als du gerade welche mit brand den forsten schoss oder wir hören sich das ich hab da kiri ich mach mal kurz hier ok lege ich hab zwei mal die affenbombe ich hab ein schwarzes Loch schön schön ja ja 288 zum bis 169 169 169 169 169 169 169